diese taler kartoffeltaler geriebene fahnkuchen geriebene fahnkuchen keine ahnung sowas wie nennt man das schreibt mir das in die kommentare esse ich immer noch in einem brötchen mega lecker leute ernähre ich mich wirklich nur vom kindheitsessen wir essen nur das was uns schmeckt ja pizza aber dann ohne salame und ohne käse das habe ich einmal probiert und irgendwie kam es nie dazu dass ich es noch mal probieren konnte oder wollte platz 10 aber ich habe es probiert das war kurz danach als ich nach deutschland gekommen bin dachte ich mir die deutschen sind echt crazy was essen die da soll das mcdonald's oder burger king darstellen mag ich nicht so gerne also wir machen es aber nur wenn wir wirklich unterwegs sind und hunger haben wenn man dieses ei ich nehme an das ist ein wenn man das weglässt super leckere spinat mit ratofein also das sind pilze ich glaube auch putenfleisch oder so ne nimm mal das putenfleisch weg dann ist es eine gute sieben also das würde ich auch essen sehr lecker kartoffelpüree mit märchen ja also habt ihr mal schon mal vegane fischstäbchen probiert die schmecken geil die schmecken einfach nur geil sie 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 sie